Die dritte Kirchheimer Kittikermaß, das Recht auf einen Schulweg. Hallo. Wollt ihr noch mitfahren? Ja, super. Hallo liebe Kinder. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass Kinder ein Recht auf einen eigenen Schulweg haben. Kinder haben ein Recht auf einen eigenen Schulweg. Und ich werde euch erzählen, warum wir eine besondere Veranstaltung namens Kittikermaß machen. Erst einmal, wisst ihr, was euer Schulweg ist? Euer Schulweg ist der Weg, den ihr jeden Tag zur Schule und wieder nach Hause geht. Das ist der Weg, den ihr alleine bewältigen könnt. Das ist der Weg, den ihr mit euren Freunden macht. Und auf dem ihr vielleicht lustige Dinge erlebt. Aber wisst ihr, dass es nicht für alle Kinder leicht ist, ihren Schulweg sicher und fröhlich zu gehen? Manchmal gibt es gefährliche Straßen, zu viele Autos oder es fehlen sichere Wege für Fußgänger, Radfahrer und Kinder. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, oder? Jedes Kind sollte das Recht haben, sicher zur Schule zu kommen und wieder nach Hause zu gehen. Genau deshalb machen wir die Kittikermaß. Das klingt vielleicht kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Kittikermaß ist wie ein fröhlicher Umzug, bei dem Kinder mit ihren Eltern und anderen Menschen zusammenkommen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Kinder sicher zur Schule radeln oder laufen können. Wir machen bunte Schilder, schmücken unsere Fahrräder, um auf uns aufmerksam zu machen. So zeigen wir, dass wir alle zusammenhalten, um sichere Schulwege für Kinder zu fordern. Wir möchten, dass die Erwachsenen sehen, wie wichtig es für uns ist, sicher im Verkehr zu sein. Die Kittikermaß ist auch eine Gelegenheit, um Spaß zu haben und neue Freunde zu finden. Gemeinsam können wir lachen, singen und zeigen, wie großartig es ist, auf sicheren Wegen zur Schule zu gehen oder zu radeln. Also, liebe Kinder, denkt immer daran, ihr habt das Recht auf einen sicheren und fröhlichen Schulweg. Und mit unserer Kittikermaß setzen wir uns dafür ein, dass dieses Recht für alle Kinder Wirklichkeit wird. Denn gemeinsam sind wir stark und können die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich freue mich, wenn auch ihr bei der nächsten Kittikermaß dabei seid. Zusammen können wir viel bewegen. Bis bald und eine sichere Fahrt zur Schule wünsche ich euch. Das sind so Tattoos, die könnt ihr euch am Brunnen nass machen. Ich komme nachher dazu. Das ist für dich. Das kann man auf die Haut kleben. Tattoo. Das sind Tattoos, gell? Das ist alterkrank. Wollt ihr auch solche Tattoos? Bis zum nächsten Mal.